Musik Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ah, wie ihr seht, es geht hier abwärts und ich hatte die Feststellbremse nicht an. Habe ich schon gesagt, herzlich willkommen zu einem neuen ETS 2. Ist auch egal, ich bin gerade so ein bisschen, ähm, ja, wurscht. So. Ja, Feststellbremse angezogen, wie schön. Macht ja nichts. So, ich bin gespannt, wir müssen 5 Kilometer fahren bis zu unserer nächsten Fracht. Ich bin sehr gespannt, ob man uns die wieder klaut oder wie das ausschaut. So, hier kommen wir raus. Dann werde ich aber langsam wild, werde ich da aber immer. So, ich hätte fast gesagt, heute ist so ein bisschen mein Glückstag oder sowas. Ich hatte gestern meine, meine, meine Psychothera, nee, was weiß ich, Neurologin angeschrieben, dass das Arbeitsamt gerne eine AU hätte. Ja, weil ja dieser Amtsarzt mich als nicht vermittlungsfähig eingestuft hat. Die hat sie mir gerne ausgestellt, tatsächlich. Ohne Problem. Dann habe ich die heute abgeholt, direkt zum Arbeitsamt gebracht. Das war erstmal alles gut. Gut, dann hatte ich euch erzählt, dass mein Drucker ja nicht mehr wollte. Der hat ja die blaue Patronen nicht mehr ansatzweise erkannt. Da kam ja nichts mehr raus. Ich habe jetzt tatsächlich, ähm, also auch mit dem neuen Satz Tinte funktionierte das nicht. Ich hatte das Ding dann ja regelrecht ausgewaschen. Ähm, tagelang mehrfach eisgeduscht, hätte ich bald gesagt. Ja, in so ein paar Dinger war dann Wasser eingedrungen. Das war dann nicht so prickelnd. Aber es ist nichts kaputt gegangen, tatsächlich. Und ich hatte daraufhin, ich habe dieses, dieses Tinten-Abo bei HP. Weil, wenn ich mir das Ganze hochrechne, ähm, ist es billiger, als wenn ich alle Nasen lang eine neue Patrone kaufen muss. Und es ist so, zumal ich nicht mal eben 70 Euro für so einen Satz Patronen übrig habe. Da kann ich dann lieber, ich sag jetzt mal, jeden Monat 3 Euro bezahlen und, äh, passt mir dann besser in den Kram. Von daher, gute Idee und ich habe immer Tinte da, wenn sie leer ist. So. Es soll jetzt keine Werbung sein, ich kriege dafür nichts, von daher. Aber ich finde dieses System eigentlich ganz cool. Naja, jedenfalls, äh, das Netzteil hat letztens überhaupt keinen Muck von sich gegeben. Da hat auch nichts geleuchtet und überhaupt nichts, obwohl eine Leucht-Jode an der Seite drin war. Da haben wir mal ein bisschen geschüttelt. Da kann man an einer Stelle noch ein bisschen Feuchtigkeit raus, äh, dass dann die Sicherung nicht rausgeflogen ist. Ist echt alles. Aber naja, egal. Strom kann dich tödlich umbringen. Ich schone mich nicht. Bin schon tot, weißt du. Ähm. Und, ähm. Jetzt wollte ich ihn gestottert haben. Genau. Ähm. Mann. Der lässt sich so scheiße schalten. Ja, jedenfalls, äh, habe ich heute gedacht, okay, bevor du das ganze Zeug jetzt in die Mülltonne stopfst, versuchst es nochmal, gibst ihm noch eine Chance. Ich habe das an den Gang geklemmt, an Strom eingeschaltet und sieh mal da, die Leucht-Diode leuchtete an diesem Netzteil. Mhm. Cool. Dann habe ich sie in den Drucker gestopft. Der Drucker wurde zum Leben erweckt. Das Display war erkennbar und alles. Alles super. Ähm. Er zeigte dann allerdings Probleme an, äh, hier haben wir Papierstau. Hm. Gut. Da war aber kein Papierstau. Also, es ließ sich auch nicht beheben, tatsächlich. Und er hatte ein Problem mit einer Patrone, entweder nicht eingesetzt oder defekt hatte er da immer. So, das, das war so die Meldung, das heißt, nichts ging. Dann habe ich... Irgendwann mal, wann war denn das überhaupt? Oh, jetzt muss ich, muss ich lügen. Genau, und zwar ging es um die Patrone, dass er die nicht erkannt hat und er hat mir angezeigt, nicht blau diesmal. Alter, das war ja die, die nicht funktioniert hat. Oh, scheiße, ich habe mich falsch eingeordnet. Sondern die rote hat er nicht erkannt. Also, was habe ich gemacht? Ich habe... Upsala. Die Patronen werden ja in so einen, so einen Druckkopfschlitten eingeführt, eingesetzt. Warum habe ich hier eigentlich das Ding hier an? So. Ähm. Ich habe dann die Patrone rausgezogen, habe in diese Düsenöffnung, beziehungsweise habe die Kontakte nochmal mit Glasreiniger sauber gemacht. Und keine Ahnung, wo das Zeug überall hingespritzt ist. Auf jeden Fall kam er dann plötzlich auf die Idee, dass er dann doch keinen Papierstau mehr hat. Ja, und dann habe ich ein paar Reinigungsgeschichten gemacht. Da steht unser Auflieger, den kriegen wir diesmal. Ein paar Reinigungsvorgänge gemacht. Und... Achso, wir nehmen den Guinness, okay? Der daneben ist ja auch nicht schlecht, ne? Hätte man auch nehmen. Egal, wir nehmen jetzt Guinness. Ähm. Und er druckte dann plötzlich alles ganz sauber, nur die Farbe Gelb war nicht vorhanden auf der Testseite von HP. Und dann habe ich mir mal angeschaut im Netz, wie so eine HP-Testseite überhaupt aussehen muss. Und habe festgestellt, okay, die sieht so aus, wie sie sein soll. Richtig sauberer Druck und alles. Also wirklich perfekt. Und dann habe ich zum Test mal ein Foto ausgedruckt. Und ja, alle Farben sauber im System. Und das fand ich richtig gut. Der ist nett. Ein BMW-Fahrer, der ist nett. So. Ja, und, äh... Jetzt druckt er wieder. Und scannt und macht und tut. Und ich war echt schon überlegen, wo ich einen neuen Drucker herkriege. Ich habe den mit inzwischen, in der, oder in der Zwischenzeit wirklich ein paar Mal vermisst. Ja, und dann habe ich natürlich mein, mein gekündigtes Tinten-Abo direkt wieder aktiviert und lasse das jetzt weiterlaufen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für diese Scheiße mit dem Bürgergeld habe ich ganz schön Papier verballert, ey. Unglaublich. Gut, bedeutet aber auch wenigstens keinen neuen Drucker erst mal. Toi, toi, toi. Also, wir haben die AU. Wir haben wieder einen heilen Drucker. Und eigentlich sagt man ja, alle guten Dinge sind drei. Das nächste wäre dann noch eine positive Bürgergeld-Nachricht im Briefkasten. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man schaut, dass ich über die 55 rüberkomme. Das wäre ja im Mai soweit. Und das Alter, Kiel hat aber auch nur rote Ampeln, wa? Ist das das? Hier, vor dem Hotel. Da, von da aus bin ich damals immer, äh, dann wieder zurückgefahren nach, ähm, nach Berlin. Mit einer Mitfahrzentrale. Boah, also Kiel lebt von roten Ampeln, oder? Ich bin ja mal gespannt, ob bei diesem LKW der Regensensor funktioniert. Denkt nämlich an zu regnen. Habe ich schon gesagt, dass ich rote Ampeln hasse? Ich ziehe die Ampeln überhaupt nicht. Jetzt sehe ich sie. Okay. Gut. Nee, also das war, fand ich echt positiv, dass der Drucker sich da wieder zurückgemeldet hat und sagt, na, ich möchte jetzt doch wieder drucken. Ich habe jetzt auch plötzlich gar keinen Stau mehr. Und vor allen Dingen, dass die blaue Farbe, dass das, weißt du, da kam gar nichts mehr. Und jetzt auf einmal alle Farben wieder picobello, sauber. Und was habe ich gemacht? Eigentlich das, was man mit Elektronikgeräten niemals macht. Aber ich habe gedacht, der hat unten so viele Löcher, da kann nicht viel schief gehen. Ich habe den echt, äh, ich bin da echt mit einem heißen, oder mit einem warmen Wasserstrahl rein. Und da kam so viel Brühe unten raus. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Alter! Und der hat jetzt auch zum Schluss etliche, etliche Tage auf dem Dings gestanden. Okay, der Sensor möchte alleine nicht. Mal gucken, ob er jetzt wenigstens vernünftig arbeitet. Er hat eine unheimlich kurze Übersetzung. Okay, auf nach Bremen. Also so scheint der Sensor jetzt zu funktionieren. Gewitter gibt es auch, na super. So, wir fahren jetzt Richtung Hamburg. Erstmal Hamburg, Hannover, beziehungsweise später dann Richtung Bremen. Ja, nee, finde ich gut. Weiß noch nicht, wo mein ganzes Papier hin ist. Ich bin mir sicher, ich habe noch nicht alles aufgebraucht. Aber da bin ich echt am gucken, ob ich das, das Abo nicht ein bisschen ändere. Ich meine, mal hat man viel Seiten zu drucken, mal weniger. Und ob man dann Papier dazu nimmt. Ich muss da nachher mal reinschauen. Dann brauche ich das nämlich auch nicht selber besorgen. Klar, das Papier wäre dann im Endeffekt ein bisschen teuer, wenn man das überlegt. Aber im Zusammenspiel mit den Druckerpatronen geht es dann wieder. Ich meine, wenn ich überlege, ich habe eigentlich einen 50-Seiten-Tarif, brauche ich selten. Und hier bei diesem Bürgergeldkrempel habe ich an die 100 Seiten ausgedruckt. Das ist schon enorm. Aber mit 10 Seiten, ja, es kommt immer darauf an. Mal kommt man mit hin, mal nicht, ne? Oh, es blitzt aber nicht schlecht, wa? Weißt du, was ich auch noch cool finden würde hier im ETS? Also jetzt nicht nur Regen und Gewitter, das ist ja schon realistisch. Also auch richtig manchmal so Sturmböen. Meinetwegen auch gerade in Hamburg dann auf der Kühlbrandbrücke. Wo dann vielleicht, oder wo du dann vielleicht mit deinem LKW auch mal abschmierst. Was ist hier eigentlich los? Achso, hier geht's. Auf die andere Piste. Ui! Ähm, dachte ich wäre auf dem Seitenstreifen. Okay. Okay. Der fährt gar nicht mehr. Auch nicht schlecht. Muss mal mit dem Modus raus. Der fährt gar nicht mehr. Ähm, ja, genau. Da war ich wohl etwas zu forsch. Ich blende mal ganz kurz den Advisor ein. Der zeigt gar nicht mehr an, wie beschädigt unsere Fracht ist, ne? Aber es hat mächtig gerumst. Wo habe ich denn da hingeguckt, dass ich dem reingerauscht bin, Mensch? Naja, egal. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Achso, genau, bei dem Tintenscheiß. Ne, man muss mal eben gucken. Ich meine, manche meinen so, es ist Abzock oder so, aber ich sag mal, meine Freundin zum Beispiel, der habe ich dieses Abo mal vorgestellt. Sie hat die Patronen immer so im Internet bestellt. Und sie hat für so einen kompletten Satz immer so an die 85 Euro bezahlt für ihren Drucker. Das macht sie zweimal im Jahr, also 100 rundweg, ähm, ähm, äh, was sind das, 100, na, bin ich jetzt blöd, oder was, 170 Euro circa. Ja, jetzt hat sie einen Tarif, weil sie sagt, sie druckt nicht viel, fragt man sich natürlich, wo die ganze Tinte dann hin ist, ähm, wo sie, ich glaube, 1,99 Euro oder sowas bezahlt, also knappe 2,50 Euro im Monat. Ja, und wenn du dann überlegst, zweimal im Jahr Patronen, Papier dabei, perfekt. Das wird sich ein bisschen anders, als wenn wir einen Plattfuß haben, oder? Hört ihr das? Mann, Leute, fahrt doch mal! Wie kriechen sie sich hier ein zu Gange? Ich weiß, im Elbtunnel wird geblitzt. Und hier habe ich jetzt ein bisschen zu tun, ja? Ich hoffe, hier im ETS lassen sie diese Brücke stehen, das ist ein Wahrzeichen von Hamburg, auch wenn sie in der Realität weggerissen wird. Vielleicht kann man hier im Spiel dann irgendwann mal beides machen, den Tunnel und die Brücke. Also ich, es wäre schade, wenn sie hier auch verschwinden würde. Ich habe mir irgendwas am Rad angefangen, das flattert so ein bisschen. Ich muss damit dann, wenn wir am Ziel sind, und wir haben schon wieder überzogen, wenn wir gleich in Bremen sind, muss ich unbedingt in die Werkstatt. Aber Hamburg, Bremen, das ist ja nix mehr. Ich hoffe nur, dass wir nicht so viele Guinness-Dosen oder Flaschen kaputt gemacht haben. Das hört sich echt an, als wenn wir mit einem Plattfuß fahren. Und hier raus. Buchholzer Dreieck, jawoll. Osnabrück, Bremen, jawoll. So. Aber wir scheinen jetzt nicht so viel Schaden zu haben, als dass uns der LKW ständig ausgeht. Das ist jetzt nicht der Fall. Wir kommen also schon ganz gut vorwärts. Durch die Ampeln haben wir natürlich wieder mächtig Zeit verloren. Aber okay, Leute, was soll's. Es ist Wochenende, Samstag. Habe ich übrigens schon gesagt, wir haben jetzt 20.42 Uhr. Und jetzt kommt definitiv kein Update mehr. Und alle Welt lauert auf die 1.50 Uhr. Dann geht's für uns raus. Wir könnten ja auch mal wieder hier in der Nähe was von Krona abholen. Wir können ja auch mal wieder machen, oder? Da sind wir jetzt gut weggekommen. Keine rote Ampel. Wir können auch mal wieder schauen. Gut, dann sind wir fast da, liebe Leute. Wir sind fast da. Hier ist die Tanke. Hier ist die Querstraße. Und ich hoffe, dass die grün wird, bis wir da sind. Jawohl, das klappt heute alle doden. Was in Kiel nicht funktioniert hat, funktioniert hier grandios. So, wir sind in Bremen. Hier ist schon unser Empfänger. Dann düsen wir mal auf dem Hof. Und sollten die Schäden sehr groß sein, dann werden wir ganz schnell versuchen zu verschwinden. Ich mach das jetzt mal so. Ich muss ja nicht mitkriegen, wer ihm das Ding hier hingestellt hat, dass ich das war. Gucken, ob das ausreicht. Und zu viel war. Jetzt hau das hin hier. Gucken wir es dann in diesem Sinne, liebe Leute. Lasst ein Abo da, lasst ein Däumchen, da wer den Kanal unterstützen mag, kann das tun. Links dazu in der Videobeschreibung. Lasst einen netten Kommentar da. Wir haben Schäden angerichtet. Allerdings nur 459 dadurch verloren. Ansonsten alles gut in diesem Sinne. Tschüss, bis morgen. G7. G7. MCD. G ca. Netten こ 올 Св зависagen. G9. Ganck G9. G9. G10. G9. G9. Bis zum nächsten Mal.